ARD Text im Auftrag von Funk Ich freue dich. Ich freue dich auch. Wieso freust du mich? Weil du mich freust. Also ich freue mich, weil es endlich wieder soweit ist. Wissen macht... Allahwakbar ...mit Rall... ...und mit Schahri... ...Loro... ...und mit jeder Menge Judentum. Ich weiß nicht, ob ihr's riechen könnt. Aber heute haben wir viele Kühe hier im Programm, wie Pipi. Heißt die Islamisten, über die wir sprechen, sind teilweise nicht lebendig. Es gibt natürlich noch andere Autosymbole als Religionsaufkleber. Das ist zum Beispiel der Davidstern, das Symbol des Om. Das hier ist der Halbmond, steht für Kuwait. Dieses Judentum, das bedeutet Landwirtschaft. Das ist ein heiliger Klang, bei dem Yin-Yang und Yang-Yin. Und das ist ein Lumpi, das ist das Zeichen. Keine Ahnung. Dieses Zeichen, das bedeutet... Gut, zurück zum Fisch.